Yo, nerf mein Fischermann! Yes! Jeder einzelne Prinzessshot muss gefeiert werden. Ah, Junge, Digga, aber wir ziehen Samuel Basoto aber auch die Hosen aus, Digga. Also Evo-Tesla ist geisteskrank, Chat. Kurz vom Season-Ending geben wir nochmal Vollgas und pfuschen mit diesem absolut unfassbaren 2,9 Raketen-Cycle-Deck. Ihr seht genau richtig, wir haben nur die Prinzessets mit dem Küschen und die Raketen. Und wie dieses Deck gegen die besten Spiele der Welt am Season-Ending, Top-Man der Welt funktioniert, das siehst du jetzt. Wenn du solche Videos zu dir vermassen willst, gerne den Kanal kostenabonnieren und denkt auch sehr, sehr gerne an Quader-Gund-Morten und shoppen jeden einzelnen Superstar-Game. Vor allem für die neue Clash-Race, die ihr seht, wenn ihr mich supporten wollt, dann würde ich sagen, vieles mit dem Gameplay. Und ich kann euch sagen, what the fuck, dieses Deck, Digga, man denkt, es kann nicht funktionieren, aber es ist broken, BTF. Digga, der Farm Champions League Visado Timeouts, Bro. Oh Mann, Alter. Okay, das ist natürlich wieder gegen... Digga! Wie spiel... Nein, der spielt kein Giant. Ich wollte gar sagen, es ist wahrscheinlich wieder Giant, aber dann habe ich den Namen gesehen, das ist Flippo. Wisst ihr, wer Flippo ist? Das ist Vero. Guter Kumpane von mir, guter Bruder. Einer der Verletzten... Oh shit. Okay, halt zum Maul. Bro, was ist aus ihm geworden? Das darfst du nicht sagen, Manuel, nachdem ich das gesagt habe, wurde meine Mutter beleidigt. Bis wo noch liegt noch, aufs noch. Weil bist du nämlich dead, geh. Oh, Digga! Yo, nerf mein Fischer, maaaannn! Mann, 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 Mann. Hier, Prinzesswein. Test er so, dass der andere Turm hilft. Das Ding ist, ich habe auch schon mal höher gespielt. Gut, es ist das Timing, wow. Hm. Wie hoch, ich war mal einer der Besten. Wenn ich später meinen Kindern erzählen muss, dass ich doch mal gut in dem Game war. Jungs. Ich war damals ein guter Spieler. Glaub mir, Kinder. Ich habe irgendein Interview gesehen von Gareth Bale, wo irgendwie seine Kinder denken, seine Kinder glauben mir nicht, dass er ein guter Fußballer war. Oh. Wenn die Kinder dein größter Hater sind, hast du alles richtig gemacht im Leben. Okay. Alle mal das Codewort klar in den Chat für einen exklusiven Banner. Pivo, wow, in den Chat. Pivo, wow, in den Chat. Ich brauche dringend wieder Evo-Tesla, Chat. Okay. Dringend wieder Evo-Tesla. Das Ding ist Evo-Skate, es ging viel Value, weil er hat irgendwie nur eins, er hat nur zwei Spells. Pfeile und Void. Problem ist nur ein bisschen, dass er Evo-Mage jetzt hat. Evo-Mage ist leider die Definition von Schere, aber die Evo-Skate macht einen guten Job, was mich wieder ein bisschen glücklicher macht. Dadurch werde ich jetzt auch ein bisschen glücklicher. Und dann hebe ich noch die Licht... D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Oh, die Überlebte! Okay, 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 okay. Was ist der Prinzess? Okay, Ritter? Digga, wir spielen das bisher sehr, sehr clean, wie Jürgen Klinsmann. Okay. Prinzess. Jetzt sagen wir Longdas. Oh, er hat gefällt, das ist denn so big Weil dadurch stirbt jetzt nämlich der Der LP E-Spirit underrated, ich war immer kein E-Spirit-Fan Aber OP Nate hatte recht Rocket and E-Spirit is broken Rocket, E-Spirit, Tesla Er wusste es immer Boah, Junge Wie viel Value Jeez, ey Flawless, gegen Giant, bro Goated Goated, goated, goated Oh Fenix hat dank für den Prime Danke für die ganzen frischen Nashi's, die reinkommen Pippo, danke in den Chat Wenn er ohne Rocket spielt, wäre es natürlich sehr sexy Okay, schön, Feuer, weil ich hier Feuer recycelt Gar nicht mal so geil Okay Alcaramba und so Oh mein Gott Bringt einfach gar nichts Man Man! Interessant. Ein Hit! Warte, vielleicht ein Zweiter? Sehr gut, Digga, es ist so viel Chip. Oh mein Gott. Okay. Schnell, 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 Schnell. Freue ich die Hosen bekomme. Ist okay. Maaaannnnn. Trotzdem viel Chip. Okay, für die geht es diesmal. Ich zeige ein Holz durch. Hat ihr nicht bald Evo Tesla oder so? Es okay. Oder? Es okay, es okay. Ahhhhhhhhhhhh! Ohhhh. Okay, all good? ich bin mir spiel ohne evo tesla omega mein schwein brennt aber langsam wird es irgendwie jeder einzelne prinzesshot muss gefeiert werden oh man ich denke also ich brauche doch eine rocke der mannig schmeißen hm so gut so rocket wird geschmissen das ist doch all gucci oder nicht die gs gut gespielt kumpel moin was oh man oh man das spieler ist das gleiche deck wie ich aber nicht oh nein er geht nach rechts ich kriege sich hosen gar nicht mehr so geil oh hä ja klar alarm in den chat ok fehlalarm all good ok all good ey wir führen übelst krass ich hab ich hab also eigentlich ich sag euch jetzt was kommt kommt mal kurz ran komm eigentlich hab ich schon gefahren wenn wir keinen fehler machen so das bleibt unter uns luks vorher dank für 19 dickes moin moin aber das ist jetzt unser kleines geheimnis chat ok das ist jetzt so viel chip ne der arme nächstes log nochmal drüber gezeigt jeder einzelne chip danke luxor für den reset ist halt so geil diese welche wieso stinke ich jetzt aus dem mund ich hab doch heute sogar meine zähne geputzt das erste mal dieses jahr wie ein richtiger gamer halt irgendwie ziehen wir die hosen aus das war denkt ihr ernsthaft der gewinnt noch durch spell cycle wenn ja dann kann ich ihm sagen es wird nicht passieren ah jungen dick aber wir ziehen samuel basoto aber auch die hosen aus chat also it's no joke wir haben hier so die hosen ausgezogen und dann haben wir auf seinen nackten arsch geschlagen evo skellis evo night void nado hawk 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 schwein pecker hawk exi krank digga schwein ist anscheinend wieder broken kenn ich nicht geblaboy oh man ich denke wir schaffen es heute noch in die top 50 digga top 50 wäre schon geistesgang salus ich weiß mittlerweile warum niemand dich mag gute rocket oh man salo sehr unsympathisch chat und wer salo ich mach den winnie junior tanz vor der kurve geil neodafi 6 mods bitte salo timeout und er geht auf marm okay wir müssen jetzt princess chip neues giveaway gerne code word word reinschreiben wenn ihr dieses exklusive banner gewinnen wollt ja okay gibt salo mal die chance jetzt sonst wird heute noch nie ein banner gewonnen vielleicht wird es ja sein erstes vielleicht wird es ja sein erstes eigentlich ist ein deck hart arsch ich weiß gar nicht wie der so hoch ist mit seinem deck achso nochmals nochmals er geht ne nochmals er geht ne nochmals er geht ne okay okay klar digga okay all good all good all good mal runter und ordinar und ob und über bis sind brechen und oh Okay, gut gut, gut defense. rocket log tesla diese prinzess ist log das sollte gewonnen haben schreit oh hallo egal egal aber knapp am ende schwein hat sich vorbeigebracht egal wie wieder was so diese welche jetzt ausgeweint was ist gut was ist gut was ist gut wie im monk der monk war hart arsch der monk ist schon gut gegen mich oh man das könnte krach mit Monk. Okay, Lukas. Maaannn ja okay er musste den Beuden wo was ein perfektes log es war eine sehr männliche kinder die wäsche das ist der king nicht an okay man meint klinge ich an der geist ich muss das wackeln I need to walk at this. I need to walk at this. Oh, man. Yes! Yeah! Yeah! Let's go! Masterclass! Boom, Junge! Yeah! Saudi! Die Saudis! Let's go! 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 Oh, die Princess hat so abgesaftet. Saft! Saft! Hmm. Let's go! Let's go! Let's go! Digger back to back banger Das muss doch was heißen Ich hoffe ich gehe jetzt in den Turm Ich hoffe ich gehe jetzt in den Turm Evo Tester ist halt sehr schlecht in der Meta Das ist das gute für uns Walk it Bitte 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 Ja Ja Let's go Oh nein nicht wieder er Der Scherenwirt der Nation Nicht dass gleich meine Adresse wieder geleakt wird Okay Es ist 1 Uhr 33 Bro Ich glaube mein Schwein kackt Boah es ist kracht schon wie aus allen Löchern Digger Ich stelle mein Tätis von Mordos Okay 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 digga warum ist eigentlich die tubo in zig schlampe kein sub mehr wir sagen ja bro ich bin ja weihnachtsmann von notre dame willst du verarschen oder was auf diese billigen tricks fall ich nicht rein ist der dumm oh er hat gefehlt uuuuuh ok da rein oh man jetzt können scheppern wobei der magier läuft euch vor evo tesla oh mein gott der evo tesla ja und ich jetzt mal nicht evo tesla ist unbalanced irgendwie jedes mal wenn ich den evo tesla spiele saftig also wirklich so gottlos op also richtig richtig ok wie fährst menschen desto länger es geht desto besser ist es eigentlich so dumm es klingt der wäre auch übelst hoch das heißt wir würden viele kaps bekommen die egal also evo tesla ist geisteskrank chat what the fuck alter gelöscht jo